Malzeiten und damit recht herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Umsie 2. Wir sind im Städtedreieck, weil ich so einfallsreich bin. Wir fahren die Linie 66 nach Gustendorf zur Kreuzingerbrücke. Ungefähr eine Stunde. Das Ganze mit dem Urbino 4 im RVA-Gelag und... Ja, genau. So sieht's aus. Also einmal mal rein. Ich hab schon mal soweit so gut aufgerüstet. Ich mir dachte, Mensch, kann man ja mal machen. Viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Das Wetter ist übrigens real. Ja, ist, äh... Nicht-Kaufland ist, äh... Ist auch, äh... Nicht-Hit ist real. Ja, ja. Komm, der Witz, den habt ihr bestimmt noch nie gehört. Der ist so innovativ. Ist der Hammer. Dann sitzen wir hier noch schön 2,3 Minuten ab, weil's hier so schön ist, am Donnerhain. Das mit dem Fonts hab ich wieder rückgängig gemacht, ne? As you can see hier, on the 6, die hat wieder den Haken. Früher hörte die da so auf, fand ich so seltsam aus. Außerdem gefiel mir die ganze Font irgendwie dann doch nicht. Und dann hab ich mir gedacht, gut, dann machst du wieder... Die Alte. Hm. Die tat's ja auch. Hat uns so treue Dienste geleistet. Tja, ja. Damals. Und heute. Ist ja ein schöner Bus, ne? Achso, ähm... Man gewöhnt sich immer mehr dran. Finde ich. Ob ich das jetzt gut finden will oder nicht, weiß ich noch nicht so genau, aber... Man kann sich mit ihm anfreunden, ne? Also... So. Und dann hab ich euch in der letzten Folge ja angedroht, dass ich über etwas sprechen möchte. Ja, ja. Hm. Ich weiß, das ist jetzt mittlerweile schon ein paar Wochen her. Selbst aus meiner Sicht, ne? 22.11. Wenn das hier rauskommt, ist es noch länger her. Aber nichtsdestotrotz möchte ich da mal ein paar Worte drüber verlieren. Und... Zwar. Gibt's da eine Sache, an der sind... Eigentlich nur drei Leute beteiligt, aber scheinbar dann doch... offensichtlich vier, weil... Ich weiß nicht, warum sich da einer einmischt, der da nichts mit zu tun hat, aber er hat's getan. Und zwar geht's, äh... Er hat's vielleicht so am Rande irgendwo bei YouTube mal mitbekommen in diese Geschichte, äh... mit, 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 mit hier, äh... Wie hieß er? Bus-Omsi-TV, äh... Hier, äh, äh... Der Omsi-Omsi-Olli und, äh... Dann waren da noch dabei, ähm... Das... Der Hamburger Waldorf-Schüler, ne? Und, äh... Das Döner-Tier. Aus Hannover. Ja, ja. Ähm... Aus meiner Sicht hat's damit angefangen, dass ich ein Video gesehen hab, wo, äh... wo es scheinbar um geklaute Sounds ging. Das Ganze hab ich beim Döner-Tier gesehen. Ähm... Ein Video, in dem... Der Omsi-Olli ziemlich mies angegangen wurde. Angefangen hat's halt mit... Diffamierung. Ist okay. Ich, äh... Lass das Döner-Tier aus Hannover auch noch als diffamierend durchgehen. Obwohl's eher satirisch gemeint ist, aber okay. Man könnte es als Diffamierung verstehen, wenn man denn wollte. Ähm... Ist ja soweit noch okay, ne? Wenn man sich... Wenn man ein paar... Witzige Bemerkungen über jemanden macht. Passt das? Nein. Tut's nicht. Egal. Ich fahr jetzt einfach. Wenn man halt ein paar witzige Bemerkungen über jemanden macht. Ist ja... Ist ja noch alles im Rahmen. Ähm... Ging dann allerdings weiter mit, äh... Ziemlich üblen Beleidigungen vom Hamburger... Waldorfschüler. In Richtung... Omsi-Olli. Und spätestens da war meine Neugier geweckt, mich mit dieser... Geschichte einmal näher zu befassen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und zwar geht es dann am Ende offensichtlich darum, dass... Ähm... Bus-On-See-TV... Äh... Scheinbar irgendwelche... Sounds aus irgendwelchen... Videos genommen hat, wo... Der Hamburger Waldorfschüler... Mit dem Bus mitgefahren ist und Sounds aufgenommen hat. Wollte halt ein paar Sounds rausnehmen. Das ist ja allem für sich okay. Er scheint aber nicht gefragt zu haben. Okay? Sehe ich ein, das ist nicht die feine Art. Allerdings müsste dann erstmal geklärt werden, ähm... Ob unser Hamburger Waldorfschüler denn mit seinen... Mit seinen Mitfahrten... Silberstiege Schule. Ähm... Überhaupt die nötige Schöpfungshöhe für ein eigenes Werk erreicht, weil nur wenn er das tut, dann ist es tatsächlich Clown. Ansonsten ist es einfach nur nicht nett, nicht gefragt zu haben. Ähm... Aber nein, die sind der felsenfestigen Überzeugung... Da wurde geklaut! Böse! So. Ist ja... Soweit, wie gesagt. Das, was Bus-On-See-TV gemacht hat. Nicht die feine englische Art. Aber... Gilt halt erstmal zu klären, ob das überhaupt Clown war. So. Ist mir da noch einer in die Seite gefahren? Naja, egal. Ähm... Jedenfalls... Hat wohl, äh, der On-See-Olli... Irgendwelche Soundmods vom Bus-On-See-TV vorgestellt und, ähm... War damit, äh, Hauptzielscheibe. Ne, also... In Richtung... Bus-On-See-TV fehlen dann oder so Worte wie... Ey, der hat kein Leben... Der macht mich voll nach, Alter... Geht ja gar nicht. Ja... Erstens mal, Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung. Ja. Macht euch nicht Pipi, ihr Tösschen, nur weil euch bei jemandem nachmacht. Passiert. Wird nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen sein, dass es passiert ist. Kann ich aus... Erfahrung sagen. Ne? Wie gesagt. Ähm... Hi. Wenn man... Jemanden imitiert, ist das nach wie vor die höchste Form der Anerkennung. Stellt euch da nicht so an. Ja, weil der... Der macht Screenshots mit, ähm... So einer Vignetten-Optik. Ja, weil... Ähm... Der Hamburger Waldorf-Schüler, der ja jetzt aus dem On-See-Forum mittlerweile auch rausgeflogen ist, wie auch immer er das geschafft hat, dafür muss er sich schon echt angestrengt haben. Ähm... Hat er sich drüber, drüber aufgeregt, weil er ja offensichtlich der Einzige ist, der diese Vignetten-Optik nutzen darf. Habe ich mir auch erst mal gedacht. Aha. Okay. Guten Tag. Nimm's dir mal so hin. So, dann ist leider auch der On-See-Oli ein wenig in... in den Fokus geraten, weil er das halt vorgestellt hat. Ja, und, äh... Dann unser Döner-Tier und der Hamburger Waldorf-Schüler irgendwie zu, ähm... Hate und Dislikes aufgerufen haben. Wobei ich mir nicht so ganz sicher bin, warum das Döner-Tier das macht, weil als ich das mal mit ihm gemacht habe, hat er ganz übel rumgeheult. Und er ist doch der Erste, der dann die Doppel-Moral-Keule schwingt. Dann schwing ich die jetzt auch mal. Ne, Döner-Tier, du holst als erstes rum, wenn du gehatet wirst. Ähm... Und... Dann... Rufst du dazu auf, dass andere gehatet werden sollen? Ist blöd, merkst du selber, ne? Ja. Wo ist denn da deine Doppel-Moral-Wende selber an... Auch mal... Oder wie wäre es, wenn du deine Doppel-Moral-Keule auch mal auf dich selber anwendest, hm? Aber nein, nein, nein. Ich weiß, du bist erst zwölf. Oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist er auch zwölf mit Keks. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall benimmt er sich wie ein Dreijähriger. So. Von daher würde ich einfach mal vorschlagen, geht doch einfach mal zum, äh... Döner-Tier aus Hannover. Der ein oder andere kennt dich vielleicht. Und, äh... Dislike da doch mal ein bisschen auf dem Video rum, äh... Wo er so ein bisschen zum Disliken und zum Haten aufgerufen hat. Äh... Das, äh... Heißt irgendwas mit, äh... Bus-Omsi-TV, der Omsi-Olli und die geklauten Sounds oder so. Irgendwie so heißt das. Ähm... Geht doch mal da hin und dislike da mal ein bisschen. Guten Tag. Damit er mal ein bisschen was von seiner eigenen Medizin abkriegt. Geschieht ihm, glaub ich, ganz recht. Kann er mal vertragen. Ähm... Ja, dann bin ich jedenfalls, äh... Mal beim Omsi-Olli auf dem Kanal so vorbeige... Geschlichen. Hab da mal so ein bisschen reingeguckt. Hab erstmal festgestellt, aha... Offensichtlich läuft da gerade der übelste Hate. Wo ich nicht so ganz verstehe, warum. Äh... Weil... Der Omsi-Olli hat das nur vorgestellt. Ja? Seit wann töten wir wieder die Booten? Ja? Der hat da in dem Sinne überhaupt gar nichts mit zu tun. Das wäre genauso, als würde mich irgendjemand... Oder würde irgendjemand sagen... Ey, hier auf Krefrath Version 3, da sind aber, äh... Objekte verbaut worden und ich will das gar nicht. Die hat ja mir geklaut. Heu, buhu. Äh, hypothetisch. Es ist nicht so, aber nehmen wir es nur mal an. Als Fallbeispiel. Ja? Würde sich jemand beklagen, ey, da sind auch Krefrath 3 meine Objekte. Ich will das aber gar nicht. Hat der voll geklaut. So. Und ich hab's vorgestellt und ich würde jetzt gehatet werden, weil, äh... Irgendjemand Drittes irgendwas gemacht hat, was nicht in Ordnung war. Logik? Wer sie findet, darf sie mir gerne erklären, bitte. Ich wäre sehr dankbar. Ähm... Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Und was da in den Kommentaren teilweise ist, was... Was der Hamburger Waldorfschüler teilweise in die... In die Kommentare geschrieben hat. Da sind Worte dabei. Das ist, äh... Unterstes Niveau. Möchte ich es mal nennen. Nein, ist nicht richtig. Ähm... Das ist echt, äh... Gosse. Ja? Würde man sagen. Aber er hält sich ja immer für so ein intelligentes Kerlchen. So, äh... Niveauvoll. Wo er sein Niveau dagelassen hat. Weiß ich nicht. Und dann wurde sich auch noch beschwert. Ja, aber der Omsi Olli beleidigt der auch. Ja. Wenn ich mir ein paar Tage lang die übelsten Beleidigungen durchlesen müsste... Würde ich irgendwann auch zurückbeleidigen. 3,20. Den da. Ähm... Dann wär's mir irgendwann auch mal zu blöd. Ganz ehrlich. Und von daher hab ich jedes Verständnis dafür, dass auf dem Omsi Olli irgendwann mal der Kragen geplatzt ist. Wäre mir nicht anders gegangen. Mir wäre der Kragen wahrscheinlich schon viel früher geplatzt. Aber ich hätte mich im Video vorn gerecht. Ah gut, ich hab auch, äh... Ein... Ein bisschen mehr Reitschweite. Das ist, glaub ich, mein Glück. Ähm... Ja, und, und, äh... Wie stolz, äh... Das Dönertier und der Hamburger Waldorf-Schüler waren, dass sie da ein Hate ausgelöst haben. Das war unfassbar. Also... Ich sag ja, unterstes Niveau. Aber ganz unten. Und wenn einer von beiden, beziehungsweise das Dönertier, dann mal Hate abkriegt und... Bitte! Bitte hatet ihr mal ein bisschen! Ja? Er soll's merken! So... Oh, das war nicht okay. Ja? Vor allem, wenn er dann jetzt nämlich Hate abkriegt, dann ist er wieder am Rumheulen. So... Ich werd gehatet! Es ist immer so. Als ich er sogar, wie gesagt, über den Spitznamen, den ich ihm gegeben habe. Ah, er hat ja auch geheult. Er ist so beleidigend. Oh, der Typ ist so böse! Oh ja! Genau. Ich bin so böse zu allen. Er hatte nur noch drauf, dass er mir vorwürftig wäre, äh, ausländerfeindlich oder so. Hm. Dann fang ich an, ihn auszulachen. Wo ich ja selber so ein reiner deutscher Mensch bin. Hm, ganz bestimmt. Kann ich's mir auch bestimmt leisten, in irgendeiner Form ausländerfeindlich zu sein. Genau. Allerdings, ich warte drauf. Ich warte wirklich nur drauf. Weil Zutrauen tu ich's ihm. Naja. Oh, ist rot. Ja, das wollte ich nur mal so ein bisschen erzählen. Ihr könnt euch da ja selber mal ein bisschen umgucken, ne? Es ist halt, wie gesagt, bei einem dicken Döner-Tier auf dem Kanal. Und dann, äh, sucht er einfach mal der Omsi-Olli und guckt da mal nach diesen, äh, Facelift-Soundpacks, äh, von, ja, ich glaub, das sind sogar Hamburger Facelift-Soundpacks. Auf jeden Fall sucht er da mal nach diesen Facelift-Soundpacks. Dann könnt ihr euch da mal die Bewertungen angucken und da mal ein bisschen auf dem Kanal stöbern. Wie gesagt, ich versteh nicht, was Döner-Tier und der Hamburger Waldorf-Schüler davon haben. Vor allem, dass der Hamburger Waldorf-Schüler dann nicht selber alleine ein Video drüber machen konnte, auf seinem eigenen Kanal. Versteh ich auch nicht. Aber, wahrscheinlich hätte er dann sein Saubermann-Image vergessen können. Danke! Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt ist es mir auch egal, aber ich finde, unser dickes Döner-Tier sollte auch mal, äh, einen kleinen Denkzettel bekommen. Da bin ich schwer dafür. Und wer wäre denn besser dazu geeignet, ihm einen Denkzettel zu verpassen, als... Wir, ihr, wie auch immer ihr es sehen wollt. Wir als Community. So. Wir als Community verpassen ihm halt einfach einen Denkzettel. Also geht hin und disliket ein wenig. Nicht zu wenig, aber ruhig so viel, wie ihr wollt. Ne? Vielleicht auch nicht nur ein Video. Vielleicht geht er mal ein paar durch. Verdient hat er es ja mal. Hm. Meinetwegen können wir auch das Video disliken, wo ich... Hier auf meinem Kanal... Das ist mir... Relativ schnuppe. Könnt ihr machen. Wenn euch, äh, meine Meinung dazu nicht passt, dann, äh, nehme ich das so hin. Aber ändert meine Meinung nicht. So. Das ist mir, äh, meine Meinung nicht.